Moin Leute und Willkommen zu einem erneuten Video bei meiner Serie auf Drachendon. Alle meine Karrieren wurden gelöscht und deswegen müssen wir wieder das noch neu anstehen. Es hat sich nur das Wacken geändert und das Stadion. Sonst ist eigentlich alles gleich und halt die Leute, die bei mir spielen. Und dann verkraften. War ja eh im Anstrengen. Wir sind jetzt erst nicht gut. Ach, was ist das? Das wird wahrscheinlich wieder ein etwas längeres Video. Weiß ich jetzt nicht. Na naja. Oder das Video, die ich anklärt. Das Video ist anklärt. Leute, schreibt mal auch in den Chat, was wollt ihr lieber sehen? Streamen? Überfört mal, über FIFA? Oder lieber Videos? Also erst mal schreibt er in den Chat, Streamen oder Video. Und dann schreibt er vielleicht auch mal was Neues. Ich habe ja noch ganz viele Spiele da mit drauf, die ich eigentlich mal machen wollte. Und gleich viel drüber bringen wollte. Aber es dann niemals geschafft habe. Und will mal wieder vorbeifahren. Oh, knapp vorbei. Schade. Come on. Come on. Come on. Und hier noch mit dem Schuss. Und Tor. Damit geht der FC Drachen John in Führung. Oh, ganz knapp hier. Oh, nein. Oh, nein. Ja, okay. Wilmers. Zu Möller. Möller wieder zu Möller. Möller zu Wilmers. Wilmers vollfahren. Seicher zu Möller. Möller zu Wilmers. Und der Pass wurde abgefangen. Schade. Aber da schreibt man an sich geile Ideen, was man da machen könnte. Macht nicht so, ich klau jetzt mal von einem anderen YouTuber. Macht etwas, am besten etwas, was euch einfällt. Vielleicht haben das YouTuber auch schon gemacht, aber Hauptsache ihr guckt nicht bei anderen YouTubern. Das ist echt lustig. Oder was ihr macht, ihr guckt bei einem YouTuber, bei einem Freund und einem Kombin. Das schaute ich nicht aus. Es teilt einfach reaktiv aus. Ihr könnt mir auch Maps bauen, wenn ihr wollt. Und auch in meinen Videos dabei sein. Zum Beispiel sucht gerade für FIFA 22 einen Videopartner, der beim nächsten Video mitmacht. Am besten jemand, der PS Plus hat. Das muss man sich auch angucken. So schön drücken. So schön drücken. Und dann macht er sowas zu. So knapp. So schön und dann. Boom. Ja was? Es war... Es war ja perfekt. Unser Sturm. Nein. Der kommt einfach durch. Der kommt einfach durch, als wäre nichts geschehen. Okay. Okay. Da müssen wir mal richtig spielen, ne? Ich meine, die wollen doch hier ein bisschen Spaß haben. Dann machen die das, ne? Dann gehen die das, ne? Schön. Dann gehen wir mal rein. Es bleibt mir das, was man damals vor sieht. Hier in 11 war euer Lieblingsspielzeug. Aber falls du kommst in der Zeit, was ich brauche. Eher Spielzeug. Ich bin ja... Ich bin doch nicht so der Älteste. Aber... Es ist mein Lieblingsspielzeug. Safe, Babe,ね. Safe. Wenn man Technologie und so nicht interessiert, dann setzt Bayblade. Ich hab Bayblades immer so gefeiert. Na gut, ich feier auch immer noch. Ich hab ja auch einen Bayblade Club, leider nicht mag ich. Aber auf jeden Fall, ich trainiere auch immer mal wieder. Okay, nice. Zum Beispiel, ich hab ja auch gerade meine Bayblade noch draußen. Einmal Turbo-Fefnir und Fefnir hab ich in dem hier gerade. Unten liegt noch in meiner Arena Wonderworld-Dirac und ein Starter. Auf jeden Fall selber, nice. Ich überleg auch, ob ich mal eine Real-Life-Video mache, einfach über Bayblade. Würdet ihr das feiern, wenn ich so ein paar Real-Life-Videos mache? Natürlich würde man mich da nicht sehen. Ich würde so eher immer auf das, was halt passiert, so Bayes und so machen. Aber wie würd ich das finden? Würde ich so entweder mit meinem Bruder oder meinem Freund machen. Oder mit meinem Bruder oder meiner Freundin. Oder mit meinem Bruder oder meinem Bruder oder meinem Bruder oder meinem Bruder oder meinem Bruder. Dann würde ich noch ein bisschen kacken. Aber wie würdet ihr das finden? Ich würde das einfach mal wissen. Ich möchte halt auch, dass es gut bei euch ankommt. Ich bringe ja nichts, wenn ich mir ultra den Aufwand nehme. Ich habe ein ultra geiles Video, aber kann von mir nicht mehr dabei. Nein! Und die schaffen den auch gleich. und ganz schön. Nein! 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 und hier ist mein Bezug. Gameplay, nicht mehr. Ja, ich gehe hierzu. Un, un, scho? Ah, best. Nein! Nein! Hauptsache wir verlieren nicht! Hauptsache Eigentlich wäre schon schön, das erste Spiel, Sieg direkt, das wäre schon schön. Alles halt auch in den Niederland. Und König mit dem Schuss, ah schade. Okay, okay. 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 Oh, 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 chill, 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 chill. Nein! Okay. Okay. Komm, das Spiel ist gleich vorbei. Ach nee, hier gibt's ja gar nicht. Ich glaub, hier ist doch dann eine Verlängerung weiter. Das Spiel ist. Dann sehen wir das Spiel. Okay. Ja, als ob das kein Foul war. Der ist ja mehr auf die Fresse geflogen, als mein Opa, wenn er stirbt oder so. Wahrscheinlich. Auch wenn er nicht stirbt. Dem geht's gar nicht gut. Oh, come on. Ich muss gewinnen. Für den Verein. Damit es dir auch irgendwann mal echt gut geht. Hoffentlich. Wär schön. Wär zu schön. Was ist eigentlich euer Lieblingsspiel? Okay. Nein, hoher Sport ist auf jeden Fall Eishockey. Safe. Ich spiel ja auch gerne mal NHL Eishockey. Also auch von EA Sports erstellt. Ist auch immer mal ganz nice. Aber ja. Mittlerweile spiel's halt keiner manchmal. Unverrückt ist. Hm. 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 Da macht's vielmehr halt einfach mehr Boxen. Weil... Äh. Hier gibt's halt einfach mehr, was man machen kann. Und Stil aus mir. Boah. Wo hat der den denn noch bekommen? Das hat doch zwei Leute von mir genau auf dem selben Punkt geführt. Ja. Ey, nee. Mua. Ist das schlimm. Oder? Kommt mich mal für länger wohl? Nee, ich glaub nicht. Doch, oder? Nee. Gut. Das heißt jetzt für euch und für mich. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns. Euer Drachen Can. Achso. Nee, warte. Ha. Ist mir fast drauf reingefallen, oder? Gebt zu. Gebt zu. Ähm. Gegen wen sollen wir spielen? Ähm. Gegen wen sollen wir spielen? Ah. Und Duisburg bleibt. Hm. Gegen wen sollen wir dieses Mal spielen? Sollen wir... Entweder gegen... Gegen wen sollen wir selbst spielen? Gegen PFC. Lillestrom ist K. Saarbrücken. Duisburg. Oder Magdeburg. Nehmen wir Magdeburg. Diesmal noch mit rein. Okay. So. Das war's jetzt. Euer Drachen Can. Tschüss.